Wie behauptet man sich als Mädchen richtig? Das lernten am Dienstag zwölf Mädchen während einer Ferienpassaktion in der Turnhalle Hammelwaden. Die Acht- bis Zwölfjährigen erlernten von Trainerin Petra Schmidt das sogenannte Wendo. Höhepunkt dabei, sie zerschlugen mit der Hand Bretter und bemalten diese anschließend. Aber auch der Austausch untereinander und der Spaß kamen dabei nicht zu kurz. Fazit, allen hat der Kursus sehr gut gefallen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017